Das Old Trafford. Im Theater der Träume hat der FC Bayern das Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester United klar dominiert und letztlich doch nur ein 1 zu 1 erreicht. Aber darüber sprach schnell keiner mehr. Thema war nur eins, die gelb-rote Karte für Bastian Schweinsteiger in der 90. Minute. Pep Guardiola konnte seine Wut nur schwer verbergen. Ich habe mit dem Schiedsrichter gesprochen. Ich denke, er ist ein sehr guter Schiedsrichter. Er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, aber die Entscheidung war unfair. Aber nun gut, okay. Wenn du die Champions League gewinnen willst, musst du solche Probleme lösen und überstehen. Sowas passiert während einer Saison. Während eines Wettbewerbs geschieht so etwas. Also, okay. Schweinsteiger, der sich schnell verdrückte und nicht mehr sehen ließ, war zuvor noch umjubelter Held nach seinem Klasse-Tor zum 1-2-1-Ausgleich. Nun fehlt er im Rückspiel, ebenso wie Martinez. Bitter. Ich glaube, das Verhältnis zwischen Basti gelb-rot und Valencia kein gelb-rot. Ich glaube, das Verhältnis passt einfach nicht, weil er faulte in der ersten Halbzeit, kriegt gelbe Karte, faulte in der zweiten Halbzeit zweimal hintereinander und wird nicht vom Platz gestellt. Ich glaube, das Verhältnis stimmt da nicht. Man muss akzeptieren. Das kann man nicht ändern. Wir müssen weiter und wir müssen dann für diese beiden auch kämpfen, dass wir im Halbfinale die wieder brauchen können. Dafür spricht die gute Ausgangslage für das Rückspiel und das Wissen um die eigene Stärke. Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen immer gezeigt, dass vor allem die Spieler von der Bank sehr, sehr wichtig für uns sind. Egal, wer auf der Bank sitzt, weil es war ja auch immer verschieden. Jeder, der reinkam, hat immer was bewegt. Wir werden eine gute Mannschaft auf dem Platz haben und wir werden alles geben, dass wir Menschen da auch zu Hause schlagen. Ich glaube, wir werden alles geben, dass wir Menschen da auch zu Hause haben.